Herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal wollen wir eine zufällige leuchtende Disco-Kugel programmieren. Einige von euch haben vielleicht schon eine Disco-Kugel programmiert, die immer dieselbe Farbauswahl anzeigt. Um eine zufällige Farbauswahl zu erhalten, benutzen wir eine Wenn-Dann-Bedingung. Und wir benötigen die Blöcke aus den Kategorien Grundlagen, Variablen, Logik und Mathematik.